So, herrlich. Und jetzt nach dem Mittagessen zurückziehen in den Keller auf ein angenehmes Bierli und Raucherl. Gut Smoke. Bye Bye. Ja, was sind denn das für Ausdrücke? Das heißt, die Farbe. Das kommt in der nächsten Runde. Sehr schönen Abend. Mega cool wieder einmal der unser James. Wow. Cheers. The Irishman and his brother. Das heißt so. Der Irishman and the old socks. And the old socks. Ja. Prost. Da in der Socken.